Ja, Leute, was geht? Wir sind heute wieder in GTA 5 als Chop zusammen mit Franklin unterwegs und wir haben einfach einen ganz entspannten Tag, Leute. Und Franklin macht hier einfach Yoga und währenddessen haben wir natürlich noch ein paar Bälle, Leute, mit denen wir als Chop spielen können. Und es gibt hier auch viele weitere Gäste und zwar unter anderem ein paar Kaninchen, Leute. So, ey! Stopp! Wartet mal! Oh, oh mein Gott, Chop. Ich glaube, das Kaninchen schläft. Oh mein Gott. Chop ist halt ein wirklich... Ihr wisst, Leute, Trigger Chop nicht. Das ist ganz gefährlich. So, warte, hier sind noch ein paar Bälle. Wir probieren mal damit zu spielen. Ja, doch. Geht. Geht. Ah, Chop, Chop. Greift den Ball an. Okay, irgendwie Bälle sind jetzt nicht so triggern für Chop wie Kaninchen. Naja, gut. Auf jeden Fall. Okay, Franklin. Oh, warte, da ist noch ein anderer Hund. Yo, yo, yo. Was geht, Bro? Was? Was? Nichts geht. Ah, okay, er geht in die Büsche. Und er bellt die Büsche an? Yo, warte mal. Ist irgendwas? Ich weiß nicht, irgendwie verhält er sich komisch. Also normalerweise macht kein Hund einen Busch anbellen. Ist da irgendwas in diesem Busch? Warte mal kurz. Ich teste das mal aus. Also, ich check das mal ab. Ja, okay. Wir schauen mal, ob hier was ist. Leute, ich seh irgendwie nichts. Und wie ist hier alles nochmal? Franklin? Yo, was geht hier ab? Alter, wo kommt ihr denn alle her? Franklin! Franklin, ich beschütz dich! Ich beschütz dich! Ich beschütz dich! Komm, lauf! Chop, lauf! Oh mein Gott, okay. Wurde ich gebissen? Nein, ich wurde nicht gebissen. Alles ist gut, Leute. Franklin, du solltest echt schleunigst weg. Wir müssen jetzt weglaufen, Kollege. Oh mein Gott, ich glaub... Junge, Alter, wir müssen echt vorsichtig sein. Franklin, komm, wir gehen nach Hause. Doch, Franklin, ich weiß nicht, wo du dein Auto geparkt hast, aber ey, komm. Geh nicht zu den Zombies. Geh nicht zu den Zombies, Kollege. Wir müssen uns irgendwie in Sicherheit bringen. Alter, was war das, Leute? Wir haben irgend so eine Zombie-Invasion wieder in GTA 5 und wir spielen heute als Job. Deswegen, Leute, vergesst nicht gerne ein Like da zu lassen, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt. Und lasst, Leute, gerne auch ein Abo da. Wir sind auf dem Weg, Leute, zu 850.000 Abonnenten. Ich weiß nicht, ob wir das diesen Monat noch schaffen, aber falls wir es schaffen, Leute, wird es nochmal eine extra fette Verlosung geben. Und auch ein kleines Special, wenn ihr darauf Bock habt. Also, Leute, lasst ein Abo da und wir machen uns jetzt auf den Weg irgendwo nach Hause. Okay, Freunde, wir sind jetzt zu Hause angekommen und Franklin, echt, ich weiß nicht... Oh nein, nein, sie kommen hier hoch. Wir müssen irgendwo in Sicherheit gehen. Ich mach den fertig. Ich mach den fertig. Bam, Junge. Bam. Ich mach dich... Ich möchte dich... Ich mach... Was war das gerade? Ich mach den fertig. Weg mit dem Zombie, Franklin. Weg. So, dann looten wir das mal. Ähm... Job, was war das gerade? Okay, Franklin, dieser Ort ist nicht sicher. Wir sind noch mehr Zombies auf dem Weg. Ich sehe da schon welche durch den Eingang reingehen und wir sind hier echt nicht sicher. Franklin meint, es gibt gerade eine frisch aufgebaute Militärstation irgendwo in der City von Los Santos. Da sollten wir uns schleunigst hinbegeben und uns Sicherheit bringen. Und dann hoffentlich wird es irgendwann einen Impfstoff geben, Freunde, für diese Zombie-Invasion in Los Santos. Okay, Franklin, wir sind jetzt an der Location angekommen und schaut euch mal an. Ich weiß nicht, was hier passiert ist, dass in kürzester Zeit plötzlich so ein fetter Trümmer-Teil, so ein fetter Feuerball Junge war. Ey, hier ist richtig was abgegangen, Leute. Und hier wurde tatsächlich eine spezielle Militärbasis extra für Überlebende, äh, gemacht. So, und ich würde sagen, yo, yo, lasst uns mal rein. Uns geht's gut, wir sind nicht infiziert. Wir sind nicht infiziert. Also hoffe ich, hoffe ich zumindest, dass Job nicht infiziert worden ist. Okay, perfekt, Leute, wir sind drin. Schauen wir uns mal um. Alter, ich glaube, hier gibt's alles Mögliche. Hier gibt's sogar Hütten für Überlebende, Freunde. Alles Mögliche gibt es hier. Ich schau mir den Ort mal ein bisschen genauer an. Franklin, ach, da bist du ja. Der schaut sich auch nur um. Oh mein Gott, und was ist das hier für eine Gasse? Hier gibt's ja richtig viel. Hier gibt's viele Läden, Leute. Also nicht so viele Überlebende, wie ich mir jetzt erhofft habe. Aber es gibt immerhin Militär und das ist das Wichtigste, Leute. Und ich glaube, das ist hier sogar der Ausgang davon. Oh man. Also ich denke, wir werden hier die nächsten Tage und Wochen vielleicht auskommen können. Wird eigentlich gar nicht schlecht sein. Und hier, Leute, hier gibt's Essen und Trinken. Hier wird eingeschenkt. Sehr nice. Gibt's auch was für Hunde? Habt ihr irgendwas für Hunde da? Ja, nee, ich denke nicht. Den Typen soll ich lieber nicht fragen. Der sieht ein bisschen gruselig aus. Oh, hier gibt's Obst, Leute. Jackpot, Leute. Obst. Okay, Leute, die Lage sieht jetzt so aus. Wir waren jetzt hier für ein paar Minuten und Franklin hat sich mir ein bisschen rumgefragt, wie es denn den Leuten so geht. Also soweit sind hier die meisten gesund. Aber es scheinen sich immer mehr und mehr zu infizieren. Und der hat gesagt, es gibt angeblich einen versuchten Impfstoff mit einer Wahrscheinlichkeit von 90%. Und 90%, Leute, Erfolgsrate, ist immerhin etwas, Freunde. Dass man diese Infektion von diesem Zombie-Zeugs-Virus da auf jeden Fall aufhalten kann. Aus dem Grund wurde Franklin, Leute, jetzt mit einem bisschen Equipment ausgestattet. Und wir machen uns jetzt auf den Weg. Und natürlich bin ich auch dabei als Job, weil ich bleib hier nicht drin alleine. Und wir machen uns deswegen, Leute, jetzt auf den Weg ins Humane Labs und gehen hier erstmal raus. Oh mein Gott, da ist ein Zombie. Okay, bumm, bumm, Junge. Okay, ich hab den Zombie, Franklin. Ich hab ihn. Alles cool. Job ist ein echt braver Hund, Leute. Also ein braver Hund, der hier für die Sicherheit in Los Santos sorgt. Okay, also uns erwartet, Leute, jetzt eine fette Zombie-Welle. Wir müssen verteidigen. Oh, ich muss hier irgendwie raus. Ah, ich glaub, da geht's raus, Leute. Guck mal da raus. Das ist schwierig. Oh, doch, 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 Leute. Natürlich, Job kriegt das alles hin. So, okay. Oh mein Gott. Job, Job, bewegt dich. Das ist ein Zombie. Okay, oh, alles gut. Alles gut, Leute. Nein, Job, 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 Job. Okay, komm, dich hol ich mir. Ja, nice. Nice, okay, perfekt. Alles easy, Leute. Alles easy. Alles easy. Ey, nein, geht down. Ah! Oh mein Gott. Was ist grad passiert, Leute? Oh, nein. Ist es das, wonach es aussieht? Freunde, diese Narben da auf Job, die sind nicht gut. Ihr wisst, was das bedeutet, oder? Weiß nicht, ist er schon infiziert? Jetzt, Leute, nein. Oh mein Gott, Freunde. Job hat sich infiziert und er ist zum Zombie geworden. Guckt euch mal auch seine, äh, seine roten Augen an, Freunde. Das ist so heftig. Job ist vollkommen, aber ey, können wir uns immer noch bewegen? Ja, es ist schwer. Hey, geh nach links. Nein, nicht nach hinten. Geh nach vorne, nach... Hallo. Job, jetzt, jetzt. Alter. Okay, das... Bist du Michael Jackson oder was? Junge. War auf, Mammel. Oh mein Gott. Leute, ich weiß nicht, was hier passiert ist, aber ich weiß auch nicht, ob es Franklin gut geht. Aber weißt du was? Als Zombie sind wir jetzt quasi auf der Gegenseite, ne? Das heißt, die Zombies jagen uns gar nicht wirklich. Die folgen uns eher, weil wir wahrscheinlich deren Anführer werden sollen. Oh ja, genau so sieht es aus, Leute. Wir müssen so eine riesige Truppe zusammentrommeln und sie dann auf jeden Fall zu dieser Militärbasis bringen. Und wir müssen verhindern, dass dieser Impfstoff kommen wird in Los Santos. Alter, okay, ihr müsst mir jetzt aber nicht folgen, ne? Ihr wisst schon, das ist ganz cool, aber müsst ihr nicht machen, ja? Und unten rechts haben wir sogar eine Anzeige, Leute, die unsere Ausdauer anzeigt, unseren Hunger und unseren Durst. Das heißt, wir müssen auch regelmäßig looten und auch ein paar Mal essen. Und das habe ich persönlich noch nicht gemacht hier als Zombie in GTA 5, Freunde, als Zombie-Job. Aber wir haben immerhin schon eine treue Anhängerschaft hier am Start. Oh, warte, Frankly Survivors nearby. Okay, da ist in der Nähe, gibt es Leute. Mir wird es in diese Richtung angezeigt. Das ist ein gutes Zeichen, um Beute zu schöpfen. Aska, Job, renn so schnell du kannst. Du bist ein Hund, du hast viel Ausdauer. Warum ist meine Ausdauer schon auf halb leer? Oh Mann, ey. Job hat echt null Ausdauer, muss man zugeben. Also Zombie-Job. Meriweather Weapon-Jobs nearby. Oh mein Gott, Leute. Absolut, die Action geht gerade ab. Aber wir müssen uns stärken. Ah, Job kann nicht mehr. Job-Kollege. Du hast echt an Leistung abgenommen, ne? Ich weiß nicht, ob es... Ja, ich glaube, es liegt an den Narben, Freunde. Weil er hat es ein bisschen an den Beinen. So kleine Wunden. Ich glaube, die Muskeln sind ein bisschen beschädigt bei Job. Wollte gerade bei Franklin sagen. Aber Franklin ist ja noch... Dem geht es noch gut, oder? Im Idealfall, Freunde, infizieren wir sogar Franklin. Das wäre es natürlich. Okay. Das sind überlebende Freunde. Und es gibt sehr viele von denen. Aber ich glaube, die wissen nicht, dass ich auch ein Zombie bin, oder? Leute, wir müssen gleich eine Armee von Hunden zusammentrommeln. Ich glaube, das kriegen wir hin. Wir gehen gleich... Oh, die greifen an, Freunde. Attacke! Attacke, Kollege! So. Wir haben einen. Wir haben einen zum... Und der ist... Wo? Der ist einmal verschwunden. Wir haben noch einen. Okay. Nein! Ah, Mann, ey. Ich kann leider nicht über Zäune klettern. Das ist meine einzige Schwäche. Warm, Junge. Ah, genau. Komm, den nächsten holen wir auch noch. Hier mit euren Baseballschlägern. Denkt ihr wirklich, das hält mich davon auf, euch aufzuessen? Nein! Job ist ein böser Hund und der hat Hunger. Der hat sehr viel Hunger gerade. So. Hier noch einer ist übrig. Noch einer Überlebender ist übrig. Ich kann ihn nicht kriegen. Aber ich glaube, die Zombies holen ihn selber. Komm. Komm schon. Und er ist down, Leute. Ach. Ja, Mann. Wir schaffen es. Das ist unser Imperium, Freunde. Schaut mal an, wie viele Zombies wir hier schon zusammengetrommelt haben. Eine riesige Armee. Ah, wir haben es nicht geschafft, die Crates zu sichern. Naja, ist egal, Leute. Wir gehen jetzt irgendwo hin, wo es Tiere gibt. Und ich glaube, das war im Pet Store in Sandy Shores. Da gibt es viele Tiere. So. Unsere Armee ist hier. Und Leute, wir sind im Pet Store angekommen. So. Ey, lasst mich mal durch hier. So. Okay. Ihr habt jetzt eine Wahl, ne? Entweder ihr geht drauf oder ihr kommt in eine Armee rein, ja? Wir werden nämlich die Militärbasis in Los Santos dort angreifen. Diese Quarantäne-Zone. Seid ihr dabei? Ich meine, die haben keine andere Wahl. Okay. Perfekt, Leute. Wir haben einige Hunde dazu gebracht. Und dich auch, Kollege. Du bist auch schon zu einem Zombie geworden. Du siehst eigentlich aus wie ich. Die Namen sind sogar genau die gleichen. Alles klar. Okay. Seid ihr bereit für den großen Angriff auf die Basis in Los Santos? Ich bin sehr gespannt, wie es ausgehen wird. Okay, Freunde. Ich denke, ihr seid bereit. Wir werden den großen Angriff starten und Rache schmieden. Ich weiß zwar nicht an was, weil ich wurde ja von Zombies gebissen. Aber Franklin hat mich im Stich gelassen. Okay? Franklin ist nicht zurückgekommen. Hat mich einfach zurückgelassen. Und das werden wir jetzt dieser Basis heimzahlen. Versteht ihr? Okay. Hier ist der Haupteingang. Und ich denke, sie werden es uns nicht leicht machen, da reinzukommen. Wir werden es uns definitiv nicht leicht machen. Wir werden alle Kraft, alles mobilisieren. Und, äh, ja, das Tor ist auf. Warum auch immer. Aber, Leute, das Tor ist auf. Okay. So, wir warten erstmal, bis die Zombies hier stehen. Und dann machen wir Angebot. Also, entweder ihr lasst uns hier friedlich rein. Oder wir werden mit allen Einheiten hier reinstürmen. Versteht ihr? Ich bin der Anführer dieser Gang. Oh, die anderen Zombies kommen auch schon, Leute. Ah, es sind schon viele. Es sind schon sehr, sehr viele. Die Hunde sind übrigens auch schon reingegangen. Sind bereit, Leute, die kleine Taktik auszunutzen. Okay. Und ich würde sagen, keine Worte. Alles klar. Stürmen wir die Militärbasis. Okay, kommt schon. Rein, da, rein, da, rein, da. Rein, da, alles angreifen, was es gibt. Attacke. Wo sind die Leute hier? Angriff. Das ist unsere Militärbasis jetzt. Das ist unser neuer Zufluchtsort. Wir regieren hier. Bam, Junge. Genau. Unser Ort ist das jetzt. Attacke. Oh, machst du nichts? Oh, yeah. Ich machte dich schon nie. Niemals machte ich dich. Okay, der Kampf beginnt. Der Kampf beginnt, Leute. Der große Kampf. Okay. So. Ihn haben wir. Wie viele sind noch übrig? Du bist auch noch da. Okay. Ey. Bam, Junge. Puh. Komm, Zombies. Helft mir. Helft mir, Leute. Ich weiß nicht, was hier alles abgeht. Aber irgendwelche Sachen werden hier unsichtbar. Komm schon. Attacke. Bam, Junge. Da sind noch mehr. Wo sind meine Zombie-Leute? Da hinten seid ihr erst. Oh, man. Die sind so langsam, Freunde. Also, Zombies sind so langsam. Mit denen kann man nichts machen. Boah. Okay. Oh, nein. Job. Job. Irgendwas war mit Job gerade. Okay, Job. Wir müssen heilen. Wir müssen heilen. Alter, ich merke gerade. Du kriegst Job nicht down. Seine Lebensleiste geht einfach nicht runter. Ich glaube, das hängt direkt damit zusammen, weil er ein Zombie geworden ist. Weil ein Zombie, Leute. Wie schwer ist es, ein Zombie zu erledigen? Ich weiß. Sehr schwer. Oh, mein Alter. Ey, hör auf, mich so anzugreifen. Mann, endlich kommt mal ein bisschen Verstärkung hier. Ey, warte. Ich warte auf die Verstärkung. Das kann doch wohl nicht sein. Verstärkung, wo seid ihr? Ah, da kommen sie jetzt endlich. Da kommen sie jetzt endlich. Na, endlich. Wir warten noch ein bisschen. Einen Augenblick. Einen Augenblick. Macht kurz Pause. Jungs, macht kurz Pause. Wir warten noch kurz. Einen kleinen Augenblick. Wir warten noch auf die restlichen Teilnehmer, auf die wir natürlich warten müssen. Ja, okay. Mhm, mhm. Okay. Aber guck mal, Leute, wie sie sich schon wohlfühlt. Oh, Mann. Okay. Das ist mein Schutzschild. Und wir stürmen jetzt. Alter, das sieht so cool aus. So, das ist dein Ende. Dein Ende ist das. Baumjungel. So, den holen wir jetzt auch noch. Und dann ist noch einer übrig. Oder nee, zwei. Die Mauer fällt. Eurer Widerstand ist zwecklos. Wir übernehmen hier. Alter, es ist so am laggen. Es ist so am laggen von den ganzen Zombies hier, die gerade sind. Ich glaube, das sind die Letzten. Danach haben wir es geschafft. Na, komm, Job. Komm, Job. Komm schon. Baum, Junge. Und da ist nur noch einer. Noch einer übrig. Oh, du kriegst mich nicht down. Tut mir leid. Du kriegst mich nicht down. Oh, was sagt euer Widerstand jetzt? Was sagt euer Widerstand, Leute? Was sagt der? Nichts sagt der. Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben sie erobert. Wir haben die Basis erobert. Endlich ist es unser. Auf jeden Fall, Freunde, würde ich sagen, wir beenden das Video heute an dieser Stelle. Wir haben heute GTA 5 als Zombie-Job gespielt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, Leute. Wenn ihr weitere GTA 5 Mod-Videos sehen wollt und mehr, dann, Leute, lasst ein Like da. Vergesst nicht zu abonnieren. Und wir sehen uns im nächsten Video. ID-Zock ist raus. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein, Freunde. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.